Ein wunderschönes Hallo und Willkommen bei Destiny wieder, wo wir jetzt bei Geisel von Winter sind. Wieder eine Story-Mission, bis wir am Ende sind. Werde ich das durchziehen? Danach kommt noch eine Mission auf der Venus und dann kommt der Strike auf der Venus und dann können wir endlich zum schönen Mars gehen. Den roten Planeten. Aber jetzt machen wir erstmal die Mission. Und gucken mal, ob wir noch ein paar goldene Truhen finden auf der Venus. Da fehlen mir noch, glaube ich, glaube ich, vier. Eine habe ich schon. Mal schauen, ob ich die in den Durchgängen noch finde. Ansonsten schiebe ich das nachhinein mit dem Video hinterher. Die Gefangenen im Archiv gehörten zum Haus des Winters. Ihr Kel, Draxis, wird schon seit Jahren von den Hütern gejagt. Wenn diese Berichte stimmen, hat er seinen Kommandoposten in einem Höhlen-Netzwerk oben in den Schlacken. Wenn die Geheimnisse der Akademie geschützt bleiben sollen, müssen wir ihn ausschalten. Okay, wir sollen einen Anführer der Gefallenen töten, so wie ich mitbekommen habe. Bereit, wenn du es willst. So, auf in den Krieg mit den Gefallenen. Die Gegnerrasse geht ja noch. Da sind diese Wechs schlimmer. So. Ich glaube, hier irgendwo mussten wir lang. Ja, hier müssen wir lang. Na, 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 hier. So. Wir müssen mich da oben lang. Man kann natürlich auch hier so rumgehen. Aber man kann hier schön hochgehen. Also, wenn ich es schaffe. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Da ist wieder so ein etwas stärkerer oben. Da ist auch irgendwo ein Sprengfass. Meine Güte. Wo sind das? Okay, sehe ich nicht. Und ich komme hinauf. Dieses Weckbeam, das ist total eklig. Und ich muss natürlich wieder nachladen. Ähm. Ja. Sniper sind die auch ofte. Nicht immer. Aber öfters. Und wir müssen hier durch. Na, wie weit geht denn das hier runter? Diese Höhlen reichen viel tiefer, als ich dachte. Da drinnen könnte es tausende von Gefallenen geben. Ach so. Naja. Dann rotzen wir sie alle weg. Wir sind ja schon mal vier Stück. Und der Ene hat was fallen lassen. Ach. Keiner da. Aber was kleines... Äh. Blaues. Ich meine, was kleines Grünes gefunden. Schuhe. Na, hier sind natürlich wieder Gegner. Und der hat was. Oh, blau. Blau ist ganz gut. Da kann sogar legendäre Sachen drin sein, wenn man Glück hat. Aber... Es muss erst mal alles gereinigt werden, bevor ich da hinlaufe. So. Komm her. Blaue Hände. Ja. Leute. Wenn zu viele Gegner werden, dann ist man ziemlich schnell down. Oh, die Klinge sind immer sauschnell weg. Die Kellwache ist hier. Ja, die Kellwache ist hier. Oh, meine Granate ist gar nicht bereit. No. No. Es hat seinen Kopf verloren. Ohne ihre Köpfe sind sie wehrlos. Und wieder Granate geworfen diese. Kleinen. Spassis. Verstecken sie sich wieder da oben. Hier trifft er uns nicht. Der Kell muss in der Nähe sein. Oh. Es hat mich geschnitten. Dieser kleine Bastard. Oh. Sie muss ein Nest sein. Kommen sie alle vor. Da. Da ist eine goldene Truhe. Das wäre meine zweite. So. Man kann, glaube ich, auch da rüberfliegen. Aber man kann auch rumlaufen. Das ist mir erst mal sicherer. Weil. Uh. Okay. Man kann nicht. Man kann. So. Und abstürzen. Hm. Super. Echt super. Das Gleiten beim Warlock ist immer so eine Sache. Das gefällt mir nicht so. Ach. Wieder hoch. Soll ich mal probieren, gleich hinzufliegen? Ja. Es geht. Es geht. Wunderbar. Das ist die Truhe 2. Gold. Und ist halt nur. Müll. Drin. Da ist nur Müll drin. Hässlich. So. Jetzt müssen wir wieder darüber. Und ich hab's hier falsch gemacht. Man muss gleich beim Springen nochmal drücken. Ah. Naja. Aus Fehlern lernt man eigentlich. So. Jetzt müssen wir hier hoch. Und auf die Sprengfässer muss man immer aufpassen. Wenn man Pech hat und gegenläuft können sie auch explodieren. Das ist sehr bescheuert. Ah. Diese Levelzone wieder. Da kann ich nicht spawnen. Da geht's zum Kontrollpunkt zurück. Wo muss ich da ein Thronsaal befinden? Dort finden wir Draxis. Okay. Wie. Ah. Ey. In diesem großen Schiff ist er drinne. Das ist schon sehr beeindruckend. Und da müssen wir jetzt drin. Alles schön ausschalten. Noi. Na. Waren hier nicht noch Sniper? Mir war so. Todesstern? Der kaputt ist. Ohä. Da sind irgendwo Sniper. Ihr kriegt mich nicht. Na 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 na. Ist er wieder hinter mir. Oh. Handfeuerwaffen. Da bin ich noch nicht mal Rang 1. Naja. Da muss ich diese Handfeuerwaffen mal öfter benutzen. Da versteckt er sich wieder. Und ich schieße natürlich daneben. Da ist wieder so ein etwas stärkerer. In Begleitung seiner. Ja. Was sind das? Wettwächter? Haut da wieder ab. Oh. Er hat seinen Kopf verloren. Da oben sind wir als Sniper. Ich hab's gesehen. Was soll das? Na 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 na. So nicht. Paketen Muni? Davon kann ich sieben Stück mitnehmen. Ganz schöne Menge. So und hier müsste glaube ich noch eine goldene Truhe sein. Jawoll. Hier ist er. Das ist die dritte. Und blaue Handschuhe. Naja. Die brauche ich nicht. So dann entern wir mal. Das Schiff. Und da hätten sie schon wieder. Ja. Ein Sniper. Aber. Mein Juter. Ich hab auch eine Snipe. Na. Du Feigling, Mann. Geht das? Hier müsste auch wieder. Ein etwas stärkerer kommen. Na. Uäh. Ja. Da ist er irgendwo. Boah. Der stört mir. Na 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 na. Kommt der Sniper wieder vor. Jetzt hab ich ihn. Diese blöde Waffe von denen. Oh eh. So jetzt ist sein Schild weg. Aber. Natürlich versteckt er sich gleich wieder. Kommst du hier du kleiner Feigling. Meine Güte. So vielleicht ein Schuss noch. Nein. Zwei. Ich hab dich hier sehen. Du Bastard. Komm her. Deine Atome gehören mir. Und er hat was Blaus fallen lassen. Sehr schön. So. So mit O. Irgendwo muss ich da ein Thronsaal befinden. Aha. Dort finden wir Draxis. Ein Thronsaal. Wir müssen natürlich wieder massig Gegner sein. Alles die. Leib gerade von ihm. Oh komm her. Komm her. So. Schwertmeister Heini. Da ist ein Sprengfass. Ich hasse die Dinger. Die sind nicht gut. Und sein Kopf hat mir auch nicht gefallen. Wir müssen eigentlich auch Sniper sein. Nein. Ey. Warte mal. Schnell weg. Mach. Bevor der Probleme macht. so nah war ich doch ja nicht dran oh war ich grün nicht das gehört jetzt mir aber damit kann ich eigentlich nichts anfangen nur materialien daraus gewinnen ja sniper habe ich doch jetzt zwei sogar schießt natürlich wieder daneben dass ich wieder angeschlichen und was das hier sein soll habe ich auch keine ahnung hey mister auge naja so jetzt müsste doch endlich mal bald der thronsaal kommen eigentlich müsste er gleich kommen da ist wieder so ein auge naja hier ist er schön mal rakete vom kopf semmeln man lasst mich jetzt hat er sich versteckt da hinten da ist der kopf ich wurde von der tür getötet was soll das ich wurde von der tür getötet ich glaube ich spinne wurde ich von der tür getötet ich fasse es nicht das ist mir noch nie in destiny passiert das war das auge das warst du du dreckiger ey ich fasse es nicht ich wurde von der tür getötet gibt es doch wohl nicht sie wurden von einer tür getötet da ist der kell diesmal spricht er nicht sie wurden von einer tür getötet die wurden von einer tür getötet hat es ihnen gefallen gleich bin ich wieder tot die wurden von einer tür getötet da komme ich gar nicht drüber hinweg hat es ihnen gefallen hat es ihnen gefallen die wurden von einer tür getötet meine fresse das geht doch gar nicht ich wurde zerquetscht das geht doch nicht wo ist der wichser wo ist der wichser wo schießt er denn hin schläfst du wo ist grün ich unsichtbar was wollen die denn hier weg weg man 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 wurde ich von der tür getötet WTF? Nein! Gehst du auf? Sie geht nicht mehr auf. Sie ist eingeschnappt. In den Kopf schießen! Ich hab dich! Euch hab ich auch! Ich hab einen Hausbanner gefunden. Ich hab euch alle umgebracht. Ah! Dreckige Tür! Bring dich um! Mich hat eine Tür getötet. Das gibt's doch wohl nicht. Was ist das denn? Ah, wieder Missions... äh... Prämie. Na gut. Dann haben wir das auch hinter uns gebracht. Und mich hat eine verdammte Tür getötet. Das fass ich einfach nicht. Okay. Okay, das war... Ähm... Ach, was mach ich denn hier? Mein Gott. Das war... Geisel von Winter. Da... Im nächsten Part machen wir den... Auge eines Torlords. Das können wir auf... Ja, machen wir 20. Ja, im nächsten Part kommt Auge eines Torlords. Okay, Leute. Dann sehen wir uns im nächsten Part. Hau da rein! Bis zum nächsten Mal! Ciao, Leute! Bauten!